Ich war nicht gut drin. Alter. Oh, neuer Rekord. Ist das viel zu lang eigentlich. Oh, meine Arme. Das dauert auch voll lang. Was? Als ob das irgendwie ungewohnt ist. Was da? Ich fähre nicht die Marika noch, mancher. Ich will es mal erzählen, die Loverleu. Wir haben nicht einen Stern. Die letzten 15 Jahre. Also, ob es schon so weit ist. Ja, jetzt kniet die alle Sklaven. Ich bin doch sogar nicht damit. Ja, bist du. Und wenn es wirklich so weit ist, dann kann ich die Rekord, dann kann ich die Rekord und die Rekordung sein. Nimm das mit mir. Komm, wer hat's noch nicht? Nee, du Urensohn. Alles aber, du G deixar's noch. Ja, toll. Alles dreimal so viel. Das ist halt überhaupt nix. Ja ja, und wer auf dem selben Feld kommt, muss ein Duell spielen. Ja moin. Ja, da hab ich den Hammerbruder hingetan. Oh nein! Warum machst du das? Ach, das war ein Giftpilz. So bist du nach 60 Jahren und bist ein Stern gekriegt. Mein Hul ihn doch eh achto, bitte. Fremdkort überhaupt keine Münzen. Mal, was macht denn der Giftpilz? Kannst du bis 5 Würfel. Ja, äh, Kapsel mischen. Ja, äh, Kapsel mischen. Ist nicht nur Kapsel mischen, da kann auch ein Schneemann sein. Ich schau wieder nach oben. Also ich find's eigentlich sehr gut, dass die Uhr da nicht hingegangen ist. So hab ich ne Chance drauf. Also warum kommt, dass wieder jeder seine Münzen verliert? Ich stell dir vor, aber die ganze Woche gibt keine Einsperre. Verliert, steht der Zähler auf Null, verliert er jeder Spieler auf dem Feld 20 Minuten. Ja, mach das. Mario. Na gut. Was sieht da aus? Wenn du vorbeiläufst, du Spasti. Ja. Dann wird das auf 2 gemacht. Ja, was für ha-ha, du Spasti. Wenn's auf Null ist. Das ist auf 2. Da ist so wohl. Duell. Komm her, Feier. Komm alle Münzen. Komm, Digga. Was für kommt, Digga? Das ist, es geht um dein Leben. Du kannst dann keine, den Sterner nicht kaufen. Warum alles? Mich jucken die 20 Münzen auch nicht. Du kannst den Sterner nicht kaufen, denn da hab ich den safe. Musst du gewinnen. Komm, Feier, nachher kriegst du eigentlich nie safe. Ja, das ist ein Gammelspiel. Das ist ein Dickler da. Das ist ein Gammelspiel. Du kannst den L und R abwechseln. Du kannst den L und R abwechseln. Ja, aber das hört sich sicherlich lustig an. Du auch im Tor. Ja, es ist ein Gammelspiel. L und R ist einfach gar kein Spiel, Mann. Das war das einzige Spiel, wo du gegen mich gewinnen konntest, du Spaß. Guck mal, da denkt der, der hat jetzt gewonnen. Das hat nur solche Lackspiele. Ja, der hat eigentlich noch geplant. Das ist einfach absteigen. Nee, aber L und R ist einfach kacke. Das ist einfach scheiße. Das will ich nicht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, das ist einfach. Ja, das ist einfach. Nein, jetzt haben wir ja noch mal gewünscht. Wer weiß, woher ja jetzt auch doch bestimmt vor mir ist. Ja, aber ich weiß nicht, wo du. Aber du solltest ihn doch so schon vielleicht kriegen können. Genau. Ja, der ist doch drei Fehler vor dir. Nein, nein, nicht nein, dann wär die ja komisch umsonst. Ja, nein, ich hab schon geguckt, ob du das schenst. Was? Perfekt. Wohl. Wohl. Wobei jeder noch. Perfekte Stiming. Warum perfekte Stiming? Es geht auch noch. Das war ein Diss überhaupt. Ich werde jetzt einfach versuchen, dass ich dann so zu kriegen. Egal, bis jetzt. Du selbst, selbst wenn ich jetzt noch her, wenn du wieder vierte Münzen kriegst, hat sie den Selfie gehabt, die nächsten. Ja, ich hab schon so das gut bekommen. Hast du echt nur eins gemacht? Der nächste Stern ist hier. Und wenn hättest du den, der hat einsetzen können, dann wenn du den bekommen hättest, dann hättest du einen Geld. Ja, gut, der den niemals so viele Münzen zu bekommen. Egal, ich glaub eh, Feiersstern eh noch. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Scheiße, was ist das? Platz auf, komm. Ha, Ring. Ha, toll. Oh, yeah. Komm, warum wird immer so das Neue so reingesunken? Das Bild wird zum Spaß kommen, dass es wieder aufgerufen wird, obwohl es auch direkt nebeneinander ist. Ha, ha, ha. Du wirst erst mal andere Positionen, die Kamera und Perspektive, was jetzt nicht gewechselt werden. Ha, ha. Spring ins Feld. Wer ist überhaupt alleine? Fabi. Was denn? Du wirst dich in die Richtung, die dir angezeigt wird, wenn du das Roulette anhältst. Rad anhalten, ja das ist scheiße. Wir haben drei Dinger. Wir müssen hier. Na scheiße. Genau. Das ist halt kacke. Mach nach links. Perfekt. Ja. Geht. Ja, ist wurscht. Wir kommen mal rein. 2 nach vorne jetzt. Hallo. Scheiße. Passt. Ja, okay. Ja, fuck. Nee, passt nicht. Ich mach nach oben. Ach, nö. Ja, okay. Hallo. Fuck. Ich mach nach rechts. Sauber. Ja, okay. Du machst nach oben? Ich mach nach oben. Beides sind noch lange fertig. Hallo. Haha. Hä? Hä? Ja, guck mal, feiern wir mal vom Ziel. Nein. Guck mal. Ohne Mission. Nee, ich hab das Spiel gar nicht verstanden, Alter. Was ist so ein Scheiß. Ich hab jedes Mal das Richtige geputzt. Was ist denn so ein Scheiß? Was ist denn eigentlich echt nett? Ja. Ich hab's nicht so oft. Ich mag das Spiel eh nicht. Gar gespielt. Nee. Kann trotzdem holen. Let's go and 4 Zöbel. Das ist jetzt wirklich zuerst, aber das ist jetzt nicht so. Ja, ich mach mit dir eh den Duellen nochmal. Dann nehme ich deinen Stern weg, Feier. Guck mal, jetzt muss ich ja, wo mein Stern bin. Ah, Joker. Junge, als ob du gegen mich nochmal gewinnst. Du musst nochmal dasselbe Spiel kriegen, um zu gewinnen. Also Feier, da denk ich mal eher weniger dran. Nee, no, no, no. Ich will deine Lippen. Ich will ja vollkommen nicht mehr. Boah, Feier fühlt sich jetzt so richtig krass. Wir wollen doch gar nicht. Weil er so ein Spiel gewonnen hat, wo kein Spiel kommt. Ja, aber was ist da eigentlich los? Wir wollen doch gar nicht reichen. Ich bin das gestern gut, fraglich. Boah, das seid ihr mit dem Snowflug und dem Sorge. Ich kann doch nix machen. Feier, wir würfel noch weiter so. Ja, mit... Du kommst mit... Das ist für dich gut. Oh mein, ich kann ja gar nicht schon Stern spielen. Was ist das? Doch, der hat ja nix sonst. Ja. Da fällt der Kampf aus. Ja, moin. Ja, moin. Lacka. 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 Ich weiß nicht, welche Piranha-Pflanze sich von den anderen unterscheidet. So vom Tanz her. A, B und... Ja, das versteht jeder. A, B, X, Y, R. Ja, da musst du halt sagen, ja der und der macht das und dann... Ja. Da ist nur eine, die sich unterscheidet. Ich hab's. War ja ganz klar X. Mit Mai übelst gesehen. Ja, easy. Hab ich. Keine Ahnung. B. Tut mir leid. Easy. Ja. Das ist echt easy eigentlich. Wenn ihr wirklich alles mal durchguckt, dann seht ihr das eigentlich. Finde ich zumindest. Also den BH habe ich eben gerade nicht erkannt. Hoppala. Eigentlich sieht man das. Oh, du bist fett. Ja. Kleiner. Und so. Ich hab ein Fragezeichen fällt, krieg ich immer in den Stern. Die drei Fragezeichen. Wieso, du hast doch nur ein Ereignis gehabt. Nein, ich war auf 2. Ich war auch auf 2. Ja, aber ich kann so sagen, wenn du nur auf 2 war, dann hab ich noch eine Chance. Und das ist ja wohl, dass ich einen guten Rand einstehen habe. Besser 2. Das heißt, ich krieg das einzige. Eigentlich kannst du da echt hoch. Jetzt kommt sie hier rechts. Sie liegt auch hoch. Ja, der kommt sogar auf den Eikmaster. Guck mal, jetzt hier spiel auf den Eikmaster. Dann hast du sonst keine Chance. Aber dann hat er auch noch ein Lucky. Toll, guck mal. Das ist so viel wert. Ja, okay. Auch wenn ich jetzt hier zum Beispiel oben rausgebe, dann bin ich spiel auf den Eikmaster. Ich bin eh kein Eikmaster. Vielleicht auf den Eikmaster Stern. Ja, und deinen Stern. Und Feuerstern. Und Feuerstern. Und Feuerstern. Nein, ich guck jetzt erst mal. Der war ja hier oben, ne? Ja, da geh ich direkt hin. Hoffentlich ne... Ah! Hallo! Oh, ich brauche einfach ne gute... Ich brauche einfach ne gute Zahl. Ja, du kannst übrigens nicht benutzen nach Hyper-P. Zack! Mach doch einfach! Oh, Duell gegen Renko. Echt? Nein. Der verliert alle sein Außen. Ne, die Hälfte. Die Hälfte. Die Hälfte. Hahaha, genau. Damit du nicht in Ruhe bist. Guck mal, die gehen jetzt sogar zum Vorteil. Aber du kriegst mehr als du verlierst, Junge. Ah, Klappau. Drei Spielen immer noch können kommen. Ah, das auch schon wieder. Das haben wir auch nicht. Ah! Du schlatschst ne Kuren! Das war anders nochmal. Ja, gedrückt halten und das ist halt einfach dann bewegen. Ich denk. Du bist doch so ein Loki-Fan. Also guck mal, oh, wie's geht's. Was hat das mit Loki zu tun? Was hat das mit Loki zu tun? Junge, du Wichser. Warum schubst du mich dagegen? Junge, fetter Fire, alter. Ah, warte nicht. Oh mein Gott! Junge, fetter. Junge, fetter. Fuck! Ich geh an meinem Level hier noch. Feier auf die Fettsack. Nein! Blockier doch den Fett und Bau, Alter. Du fette Schwein. Du warst voll in Wunnen stark auf die Lose verpackt. Ja, der hat mich aber auch am Anfang weggedrängt. Die ganze Zeit nur auf mich. Warum immer ich? Warum immer du? Aus Prinzip, Junge. Da du richtig reingewixt. Dreckpang. Ja, ich will selbst nur den Stern haben. Ja, feiert den Stern. Nicht. Das hat keine Wünschen. Feiert den Wünschen und den Wicker direkt rein. Das war cool. War echt gut. Egal. Ich mein, selbst wenn ein Stern ein breiter Weg ist. Schon wieder. Junge, der will echt auf den eigenen Stern. Nein. Wenn er mich hochgeht, dann kriegt er noch eins. Wichser halt. Hey, du hättest ein Ereignis bekommen. Ich hab eh einen Vorsprung in Sachen Ereignisse. Und? Ja, locker. Ja, doch nur drei. Ja, wenn du zwei. Ich hab schon zwei. Ja, wenn du drei. Ja, da... Geizenmond... Münzen... Dann guck, wieviel? ...zwanzig? Was viele das? Alles war nichts. Alle über alles. Ja. Alles mal. Ja, dann muss Haschi, habe ich auch mit Chance noch ein Stern bekommen. Ja, hast du. Guck mal was das ist, ja hast du sogar. dass du notfalls noch was du über hast blaseballon ja das ist ein lackspiel glaube ich ja nee warte mal ja doch das ist nee das ist das ist ihr müsst halt hier so kurz was war das noch mal modiert machen aber du drückst aber auch immer und ihr müsst das einfach so kurz bevor die null erreicht ok und derjenige wo näher an der nun dran ist hat gewonnen oder was start das für lack oder die timing und auch nicht mal reflex das war wirklich sauklapp jetzt verlierst du auch noch alle die hälfte tja wie gewonnen so zerwonnen ne du hast 10 münzen verlust ja eine ich hab 88 ich bin cool ich bin vorm stern jetzt ja so darfst du nicht benutzen mach halt schmeiß die weg ich weiß die weg was willst du sonst wieder machen die bringt ja nix er ist so ein mehr gehabt wie wird es dann mit dem duell geworden das ist das mit l und r alter das ist zum kotzen erst mit mir im team ich mit dem man so gleichzeitig mal er ist gleichzeitig der andere muss auch machen der nicht umheben ist ja so schnell wie möglich wenn du nicht mehr kannst wenn du siehst es gehen was andere machen dann aus dem ja du sagst dann wenn du wirst soll ich muss aber ich muss abrücken ich kann das spiel nicht ohne witz ist einfach nicht ohne witz so ein gammelspiel das ist ein gammel spiel so lr spieler sind einfach schade bedachten sich dass es gut ist die von hatzen kein wunder das sind soll wenn wir gegangen sind das ist einfach nur wenn deine el- und r-tasten irgendwann kaputt gehen dann hast du die n-d cube oder so hieß es auch die neun oder n-d cube haben die abnabend dazu meine ganz blöde frage könnte ich 1 2 3 4 5 6 7 8 ja wenn du eine 10 kriegst dann kriegt er bestimmt ich hab den glaube ich so gut wie safe oder könnte sein dass du den safe hast dann krieg ich dann eine 10 oder so das reicht aber nicht oder? ne joker gibt den zu oder so ne ich darf kein 1 würfeln ich muss da 2 würfeln ach du warst da achso ach du warst da achso was lachst du? ich hab ne 2 würfeln ich hab ne 2 würfeln ich hab ne 2 und würfeln ne 2 aber ich krieg echt voll die gammel zahlen ohne witz natürlich hab ich mehr münzen als du was denkst du denn? ach hier bin ich ein fetter ey das ist doch das ist nicht wahr doch ist es komm feier lass ein Duell machen echt jetzt? komm mach ne würfel ne 10 würfel ne 10 feier dann bist du auf mein Feld wie wärs ne? ja aber soll ich wegschmeißen was willst du denn sonst damit machen? du wegschmeißt es in der Drohne du kriegst eh nix mehr dumm wie scheiße ARRIBA noch einfach jawoll jetzt alter jetzt gehts um mich ja komm sterne ja doch nicht oh man du Huch ich wollte schon als joker den sterb aber feiern eh keinen einzigen Unstern oder wäre ich nicht aber ich krieg glaub ich keinen einzigen Unstern ja ich bin zweiter ja Matheathleten Fickding mit Mathe Alter warte mal ich stoppe die drei Würfel du bekommst so viele Münzen wie Würfelpunkte anzeigen äh ja wir wollen springen hä was muss ich jetzt machen ja du musst das schon richtig machen dass wir so viele Münzen wie möglich bekommen singt warte mal das so klingt aber wenn du so im Kopf wäschling das so klasse kann ich der versteh ich nicht komm 2 plus 3 jawoll ne boll eine Münze mehr geht das mehr jetzt 1 Runde also geht das nur 1 runde all da kriegt man ja voll wenig ja es ist trotzdem dumm fünf minzen was willst du und jetzt sehen wir die münzen die werte für münzenlauten wie folgt jetzt kommen wir so eine Bohne stehen jeder Bundesstern ist so viel wert wie ein Stern wenn sie es um den Milchspielstern wer könnte ihn noch bekommen er geht an den Gewinner der meisten die Spielbekommen hat naja ich gar nicht mit gerechnet hat niemand mit gerechnet ich bin ich bin echt gespannt wie viel die Uhr vor allem Münster könnte das denn nun sein und ich guck mal was er macht so Theo ist zweiter, feier ist dritter und schmerzt ja Theo bekommt das ich hab auch kein gedacht ich bin ja voll so und auch kein einziger war ja 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 jetzt komm ich und ich und ich jawohl jawohl also wie auch bei Alkan der Lackert ist halt immer so weil ich immer den Minispielstern bekomme das war echt ne Mauerrunde was Sterne so zwei richtige Sterne ja aber kriegt er eigentlich immer wenn du Minispielstern hast ist auch so gut wie die Münster eigentlich außer du lagst halt komplett rein wie Alkan zum Beispiel der auch 118 Münzen hätte ja 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 ich bin nicht ich bin ja 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 ich bin ich bin ja mein ganz unten und bei mir bei mir ist einfach nur so riesig aber das war irgendwie gar keine spannende runde weil irgendwie das hat es jetzt irgendwie nicht viel gewendet oder so das letzte runde war eigentlich richtig gar nicht komplett aber witzig das war es meine damen und herren morgen nichts mehr tschüss